Flexibel, schnell und torgefährlich, so sollen sie sein, das sind die Kriterien für die neuen Spieler bei Hansa Rostock. Und der Trainer Dotschafter hat sich auch umgeschaut und er wurde fündig in seinem ehemaligen Klub Auer. Sebio Suku, der wollte mehr spielen, also mehr Einsätze auf dem Platz haben. Gut, die soll er bei Hansa Rostock kriegen. Eigentlich hält er sich lieber im Hintergrund. Und dennoch, Sebio Suku macht auch vor der Kamera einen richtig guten Eindruck. Ich glaube, das ist Glück. Also ich habe da jetzt nicht irgendwas geübt oder so. Beim Mannschafts-Fotoshooting hat der Deutsch-Benina die richtigen Posen als einer der ersten raus. Suku ist erfahren aus der zweiten Liga, kommt von Dotschaeps Ex-Verein Auer an die Küste. In den ersten Testspielen wusste der 25-Jährige zu überzeugen. Suku spielt hauptsächlich auf dem Flügel, ist aber von überall gefährlich. Ein Allrounder in der Offensive, der Hansa in der Rückrunde gefehlt hatte. Fitness ist sein Lifestyle. Auch im Urlaub stehlt Suku seinen Körper und lässt seine Fans im Internet teilhaben. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf, bewahre ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, da war ein 30 Jung und Peter im Block. Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf. Ich versuche immer Spaß zu haben. Das ist mir sehr wichtig mit Freunden und Familie. Ich denke, das ist das Wichtigste im Leben, dass man das zu schätzen weiß und immer recht positiv ist. Aber ein bisschen cool schade, glaube ich, auch nicht. Der Fußballer ist einer, der in Bildern denkt. Die wichtigsten hat er sich tätowieren lassen. Etwa jenes, wie er als Kind in Bochum mit den ersten Ballstafetten begann. Es ist sein größtes Tattoo auf dem Rücken. Mit seinen Mannschaftskollegen will Suku neue Bilder entstehen lassen. Es soll noch weiter nach vorne gehen als Rang 6 in der vergangenen Saison. Platz im Fotoalbum wäre da noch. Also ich hoffe natürlich, dass wir sehr viele freudige Bilder haben dann. Freudige Bilder, viele Jubelszenen. Und ja, dass man das sich so vor Augen hält. Damit es Klick machen kann, braucht Suku nun vor allem Spielpraxis. Klar ist dagegen jetzt schon, das Zeug zum Star hat Hansas Neuer.